Hallo Fans. Hallo a tous. Chers supporters. Erstens, vielen Dank für uns, dass ihr uns unterstützt habt. Ihr seid sehr, sehr wichtig für uns. Without euch ist das Fußball kein Sinn. Wir möchten uns bei allen Anhängern, Fans, Sponsoren, alle, die im Verein arbeiten, drumherum, uns über die gesamte Saison unterstützt haben. Ganz, ganz herzlich bedanken. Es war eine anspruchsvolle Saison, eine herausfordernde Saison. Es war ein starkes Saison, wie die Tristesse, aber Sie waren immer da, Sie haben uns unterstützt. Aber zusammen, am Ende, wir haben unser Ziel erreicht, und wir sind in der Division. Wir freuen uns wirklich auf den nächsten Jahr, hoffentlich eine große Saison, wieder in der 1er Division, mit allen Ihren Unterstützung. Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung für die ganze Saison, für uns zu helfen, zu bleiben in der 1er Division. Und wir bedanken uns auch die Leute, die im Club arbeiten, die Arbeit und die Arbeit. Wir bedanken uns auch für Ihre Unterstützung, für Ihr Apport, für Ihre Motivation, für Ihr Amount, für die KSU-Pen. Wir wünschen uns gute Freude, wir haben uns am Sonntag und am Sonntag. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr am Spieltag immer da wart und uns unterstützt habt. Und ja, großes Dankeschön an euch und bleibt gesund! Also hope nie! Jetzt packen wir noch gut und ich denke es mal gut zu sein. Wenn es noch etwas fungt, wenn es immer so gut geht! Dann gehen wir an! Ich würde gerne gehen... Dann gehen wir mal wieder! Die KSU-Penzen! Und ich sehe jetzt mal gut! Das ist es genau gut! Das ist das Ziel, der Klagos Milton der Fläche, der Langeen ist jetzt! Und das war er bereits!